Also das Besondere am Brick ist mit Sicherheit die Art und Weise, wie wir das Hotel fühlen. Egal wo, wir irgendwo die Öffnungszeiten wegnehmen konnten, haben wir das gemacht. Wir haben eines der schönsten Hausriffe der Welt direkt vor unserem Hotel. Du gehst raus, auf dem Steg machst du einen Tauchgang und kommst zurück und die Welt ist in Ordnung und es geht einem gut. Unser Ansinn ist es, dass es den Menschen, die bei uns im Haus sind, dass es denen gut geht. Musik 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 Die Leidenschaft geht ja durch den Magen und Wohlbefinden geht durch den Magen. Musik Musik Jeder Gast kann draußen sitzen, im Sommer wie im Winter. Das ist natürlich toll unter den Sternen zu sitzen und zu essen. Wir haben jeden Abend ein anderes Thema. Musik 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 Und das wird live gekocht. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, wenn du dem Koch selber zuschauen kannst, wie er kocht. Musik 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 Ja, und im Kitehaus gibt es natürlich auch so ein paar Besonderheiten. Und die Wassersporter, die wissen bestimmt, von was ich jetzt erzähle, wenn man sonst irgendwo an einem Spot ist, wo ist es shoppy, dann hat man, selbst wenn man jetzt manöver trainiert, hat man immer ein bisschen zu kämpfen mit der Welle. Und wir haben hier so eine Besonderheit. Das heißt also, die Wasserlinie ist ungefähr 20 Zentimeter unter der Beachlinie. Das heißt also, der Wind hat auf dem Wasser keine Angrifffläche. Das ist wie geschliffener Marmor. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020